Wenn du hier stehen bleibst, oder wenn du das machst, wenn du das jetzt machst. So eine Position können wir machen. Kannst du das mal versuchen, im Daumen zu machen? In der Bewegung? Okay. So, nochmals so, nochmals so, die Faust richtig fest und locker. Und locker, und locker, und fest. Aber das ist schon, wenn wir die Kinder haben. Mach mal andersrum. Du, ich komme, du bist klar. Sehen wir uns noch mal wieder? Aber das ist schlecht hier. Ich will doch die Dinger ziehen. Das nächste Mal nehmen wir mal richtig im Schein am Traum. Oder für die Wände.